Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Hundebetten im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5, haben wir der Tirlando orthopädisches Hundebett. Da es aus strapazierfähigem Kunstlede besteht, ist dieses orthopädische Hundebett besonders pflegeleicht. Hundehaare haften nicht am Material. Es ist in verschiedenen Farben und Größen von M bis XXXL erhältlich. Das Hundebett besteht aus dicht gewebtem Polyester und bequemem Memory-Schaum, mit einer zusätzlichen Lage weicher Watte darüber für noch mehr Komfort. Das Hundebett wird mit einem kostenlosen Matratzen-Schoner geliefert, der es vor Schmutz und Abnutzung schützt, sowie einem abgesenkten Einstieg, um älteren Personen den Einstieg zu erleichtern. Umzug auf Nummer 4, haben wir der Bronolier Odin Hundesofar. Dieses Hundesofar besteht aus extrem weichem Memory-Schaum, der die Wirbelsäule und die Gelenke Ihres Hundes beruhigt. Es ist in verschiedenen Farben und Größen 80 bis 60, 100 bis 80, 120 bis 80 cm erhältlich und verfügt über eine ehrförmige Rückenlehne ca. 12 cm breit und hoch, die mit einem Reißverschluss befestigt und leicht abnehmbar ist und wieder angebracht, um Ihrem Hund noch mehr Legefläche zu bieten. Das rutschfeste Sofa ist von hervorragender Qualität und wirkt wie eine winzige Kuch für zwei Personen. Es hat eine fantastische, sehr bequeme und gut verarbeitete herausnehmbare Matratze, die aufgrund des breiten Randes eine Vielzahl von Liegepositionen ermöglicht. Auf Platz 3, haben wir der Knufelwurf 14097015 und über dieser formstabile Hundekop ist in den Größen M-L bis XXR erhältlich und hat einen schadstofffreien Bezug, der bei 30 Grad Maschinenwaschbau und Ökotex 100 zertifiziert ist. Das Obermaterial besteht aus weichen Schaumstofflücken, während die Füllung aus koscheligem Velour besteht. Die Unterseite des Bettes ist mit einem rutschfesten Dämmstoff ausgekleidet, sodass es ohne Hin- und Herrollen auf Parkett- oder Laminatwöten aufgestellt werden kann. Das Bett, das in vielen tollen Farben erhältlich ist und in Deutschlands desigend und in der EU hergestellt wurde, ist in zahlreichen Farben erhältlich. Umzug auf Nummer 2, haben wir der Leferdok Sofa Sonnen, sechs Größen. Dieses robuste, dick gepolsterte Hundesofa wird in Europa hergestellt und ist langlebig und angenehm zugleich. Es enthält außerdem austauschbare Bezüge, die bei etwa 30-40 Grad gewaschen werden können und ist in den Größen S- bis XXXL und in vier atemberaubenden Farben erhältlich, so dass Sie sicher etwas nach Ihrem Geschmack finden. Das Bett ist im Allgemeinen größer, als es auf den Bildern erscheint, und es wird mit einem kleinen dekorativen Kissen geliefert. Das Hundebett ist von ausgezeichneter Qualität, mit einem stabilen und dennoch weichen Rand, der nicht knickt, wenn sich der Hund darauf legt. Dazu kommt ein sehr dickes Zentralgissen, das angenehm weich ist und dem Körper des Hundes eine hervorragende Stütze und Wärme bietet. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Brunolier Balle Hundebett. Das orthopädische Hundebett von Brunolier war Testsieger dieser Serie und damit das beste Hundebett im Wettbewerb. Es hat ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und kann sowohl die Gelenke als auch die Wirbelsäule Ihres Hundes unterstützen und auf Dauer entlasten. Das Bett ähnelt einer weichen Memory-Kalt-Schaum-Matratze für den Menschen und ist mit kuschelweichem Plüsch überzogen, der hohen Komfort verspricht und bei Hunden sehr beliebt zu sein scheint. Die Matratze ist in Größen von S- bis XL in verschiedenen Farben erhältlich, so dass sowohl für kleine als auch für große Hunde etwas dabei ist. Zudem hat es eine rutschfeste Oberfläche und ist formstabil. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.